Hallo und herzlich willkommen im Essenzenladen. Heute möchte ich Ihnen die 11 Juwelen von Pacific Essences vorstellen. Vielleicht noch vorab kurz etwas über Pacific Essences. Diese wunderbaren Essenzen aus Kanada, auf Deutsch Pacific Essenzen, werden von Sabina Pettit hergestellt. Sie ist Doktor der traditionellen chinesischen Medizin. Sie ist Shiatsu-Therapeutin und macht die Essenzen seit über 30 Jahren. Weil sie eng mit der traditionellen chinesischen Medizin verbunden ist, haben alle ihre Essenzen Bezug zu Meridianen, zu Chakren und auch zu den 5 Elementen. Diese 11 Juwelen sind eine Kooperation von Sabina Pettit von den Pacific Essenzen und Dimitrit Katschenko. Er ist Heilpraktiker, Aromatherapeut und lebt in Quebec in Kanada. Die 11 Juwelen sind Roll-Ons, das heißt, sie sind kleine Sticks. Da drin ist Jojobaöl hauptsächlich. Es sind drin ätherische Öle, die von Dimitri zusammengestellt wurden. Und es sind Mischungen von den Pacific Essenzen selbst drin. Obendrauf auf dem Stick sitzt eine kleine Kugel. Und man wendet die 11 Juwelen an, indem man sie einfach auf die Haut aufträgt. Jedes einzelne der 11 Juwelen hat ein bestimmtes Thema. Es sind welche dabei, die uns helfen, uns zu beruhigen. Es sind welche dabei, die uns aktivieren, die Lebensgeister wecken. Und es ist zum Beispiel auch eines dabei, das speziell für Männer und eines für Frauen hilft, die Männer nicht mit weiblichen Aspekten jeweils voll anzunehmen und auszudrücken. Die 11 Juwelen sind Helfer, die uns in unserem Alltag unterstützen können. Ich möchte heute die 11 Juwelen kurz vorstellen und kurz zeigen, wie man sie anwenden kann. An dieser Stelle noch ein Hinweis. In den Augen des Gesetzgebers sind Essenzen Nahrungsmittel. Sie haben keine direkte, nach klassisch wissenschaftlichen Maßstäben nachgewiesene Wirkung auf Körper oder Psyche. Deshalb beziehen sich alle Aussagen in diesem Video ausschließlich auf energetische Aspekte, wie Aura, Chakren und Meridiane. Das erste Juwel trägt den Namen Confidence, Zuversicht. Eine synergetische Mischung von ätherischen Ölen und Pacific Essences, Schwingungsessenzen, die uns vorantreibt und uns dabei unterstützt zu erkennen, wer wir wirklich sind. Sie hilft uns dabei, zu uns selbst zu stehen und ruhig und effektiv mit anderen Menschen und mit unseren täglichen Herausforderungen umzugehen. Die Mischung vertreibt Sorgen, verbessert den Energiefluss zwischen den Meridianen, fördert den verbalen Ausdruck, erweitert unser Bewusstsein und weckt die Liebe in uns. Sie fördert Mitgefühl, Geduld, Mut, Stärke und Anpassungsfähigkeit und verbessert unsere Eigenständigkeit, unser Durchhaltevermögen und das Gefühl innerer Sicherheit. Sie erdet und verbessert unsere Sinne. Free Flow oder freies Fließen ist der Name des zweiten Juwels. Free Flow ist eine Mischung von ätherischen Ölen und Pacific Essences, Schwingungsessenzen, die entspannend wirkt und gleichzeitig unserem System dabei hilft, mit der Einfachheit eines Kindes wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Diese sehr kraftvolle Kombination fördert die Vitalität und löst Angst, Bitterkeit, giftige Emotionen und Verhärtungen auf emotionaler Ebene auf. Das führt zu Entspannung, Gleichgewicht, Harmonie, einem offenen Herzen, Mitgefühl und besserer Kommunikation. Gift of Rose, das Geschenk der Rose, heißt das dritte Roll-on. Es ist eine stimulierende und leicht aphrodisierend wirkende Mischung von ätherischen Ölen und Essenzen, die unsere Seele zum Singen bringt. Sie nährt das Herz und fördert die Lebensfreude. Sie unterstützt in dunklen Zeiten und verjüngt unser Energiesystem. Sie nährt, stärkt und beschützt. Die Mischung verbessert die Aufnahme von Energie und hilft uns dabei, im Herzen zu bleiben. Sie fördert die Selbstliebe sowie die Wertschätzung anderer. Gleichzeitig löst sie Bitterkeit und Groll auf. Lebensfreude oder Joy of Life ist die nächste Mischung. Mit ihren freudvollen Energien erfrischt sie, bringt ins Gleichgewicht, energetisiert und tröstet, wenn wir mit Stress und Müdigkeit kämpfen. Die Mischung bringt uns wieder ein Stück näher an unsere kindliche Offenheit. Sie bringt Liebe und Freude ins Herz und in den Verstand und hilft uns dabei, die Realität wertzuschätzen. Gleichzeitig hilft sie uns dabei, uns selbst neu zu erschaffen, loszulassen, zu entspannen, unser Zellgedächtnis neu zu programmieren und sie unterstützt dabei, dunkle Gedanken und alte Glaubenssätze loszulassen. Eine Mischung, die uns beim Meditieren unterstützt, heißt Meditation. Dieses Roll-on hilft uns dabei, in einen Zustand des Friedens zu kommen. Wir spüren Stärke und Zuversicht und können uns leichter erden, zentrieren und entspannen. Die Mischung hilft uns dabei, loszulassen und die Tür zum Unbewussten zu öffnen. Sie unterstützt die Verbindung zum dritten Auge, bringt unsere emotionale Ebene zur Ruhe, vertreibt toxische Energien und hilft dabei, einen klaren Verstand zu haben. Sie unterstützt uns bei der Entdeckung des eigenen Selbst und fördert gelassenes Sein im Hier und Jetzt. Für das Wort Nurturing gibt es keine 100% treffende Übersetzung ins Deutsche. Das bedeutet so viel wie Nährung, Unterstützung und mütterliche Fürsorge und Liebe. Die gleichnamige Mischung unterstützt unser Verdauungssystem auf energetischer Ebene. Ihre geschmeidige Energie wirkt positiv auf alle Meridianer, besonders aber die, die mit der Verdauung zu tun haben. Sie hilft uns dabei, alte, festsitzende Ängste und Sorgen sowie Dunkelheit und Stagnation zu vertreiben. Purification oder Reinigung heißt das nächste Roll-on. Diese Mischung hilft auf energetischer Ebene dabei, viele verschiedene Arten von Giftstoffen loszuwerden. Dadurch werden die Funktionskreise auf allen Ebenen angeregt und arbeiten besser. Das Roll-on hilft uns dabei, die Vitalität zu steigern und stimuliert den Reinigungsprozess unseres Körpers. Gleichzeitig unterstützt sie uns auch beim Loslassen von giftigen Gedanken oder Emotionen, die durch Schuldgefühle, Ängste, Zorn und Inflexibilität entstehen. Die nächsten beiden Roll-ons heißen Radiance Men und Radiance Women. Radiance heißt Ausstrahlung. Das heißt, diese beiden Roll-ons helfen uns dabei, unsere männlichen und unsere weiblichen Aspekte auszudrücken. Jeder Mensch, egal ob Mann oder Frau, hat beide Aspekte in sich. Und es ist gut, wenn man die Fähigkeit hat, beide Aspekte gleichberechtigt zu leben und auszudrücken. Radiance Men ist eine synergetische Mischung, die den Young-Aspekt von uns unterstützt. Sie bringt das männliche Energiesystem ins Gleichgewicht, fördert physische und mentale Stärke und die Vitalität. Sie hilft uns dabei, Müdigkeit und Stress zu überwinden, unterstützt auf energetischer Ebene die sexuellen Funktionskreise, stimuliert den Fluss von Lebensenergie im System und fördert Positivität und Kreativität. Das Gegenstück Radiance Women ist eine Yin-Mischung, die als Tonikum speziell auf die weiblichen Energien abgestimmt ist. Sie unterstützt uns auf energetischer Ebene bei gelegentlichem Unwohlsein in Verbindung mit der Menstruation und den Wechseljahren. Sie öffnet uns für die femininen Aspekte der Seele, stimuliert den Fluss der Lebensenergie, reduziert Anspannungen, vertreibt Negativität. Sie steigert unsere sinnlichen Wahrnehmungen, Ausdauer, Kreativität und unsere weibliche Ausstrahlung. Das letzte Roll-On heißt Soothing Aroma, wohl tunender Duft und ist ein wahrer Stresskiller. Diese Mischung stellt das Gleichgewicht wieder her und vertreibt Zorn und Anspannung. Die Mischung stimuliert die Meridiane Leber-, Gallenblase-, Magen- und Milzpankreas. Sie bringt uns mehr Flexibilität und kann zur energetischen Unterstützung bei Entzündungen, Krämpfen und Schmerzen angewendet werden, beispielsweise bei Kopfschmerz, Bauchschmerz oder Schmerzen in Muskeln und Gelenken. Die Roll-Ons lassen sich sehr leicht anwenden und sind dabei sehr ergiebig. Wichtig vor jeder Anwendung ist, dass man die Roll-Ons schüttelt, damit sich das Jojobaöl mit den wässrigen Bestandteilen, nämlich den Essenzen, gut verbindet. Danach schraubt man einfach den Deckel ab und gibt ein wenig vom Roll-On auf die Handgelenke, auf die Stirn, auf die Schläfen und was ich besonders gerne mag, auf die Oberlippe. Denn so kann ich den Duft besonders gut und besonders lang riechen. Wer sich mit den Meridianen der traditionellen chinesischen Medizin auskennt, kann auch das Öl auf einzelne Meridianpunkte geben oder den gesamten Verlauf eines Meridianens nachzeichnen. Als besonders effektiv hat sich auch herausgestellt, das Öl entlang der Wirbelsäule aufzutragen. Wenn man dies zweimal täglich tut, entfaltet sich die Wirkung des jeweiligen Roll-Ons besonders gut und besonders nachhaltig. Und damit bin ich am Ende meiner Vorstellung der 11 Juwelen angelangt. Ich hoffe, ich konnte Sie begeistern für diese wunderbaren Produkte, auch wenn Sie die Düfter über YouTube leider nicht wahrnehmen können. Ich kann Ihnen sagen, sie sind wirklich himmlisch und wirklich fantastisch. Wir selbst haben sie sehr schätzen gelernt und benutzen die Roll-Ons täglich. Informationen, wie und wo Sie die Roll-Ons bestellen können, finden Sie unter diesem Video. Damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.